Ja, hallo und herzlich willkommen zur letzten Vorlesung im Wintersemester 2022-23 und gleichzeitig ist das heute ein Highlight, nicht weil das heute ein anderes Format gibt, sondern weil das heute natürlich ein Thema ist, was ganz viele interessiert und auch bei der Umfrage im letzten Semester mit am besten abgestimmt hat. Und ihr habt es natürlich alle schon gesehen, es geht um Dinos und ich glaube, deshalb werden wir heute sehr viele tolle Fragen bekommen, aber erstmal müssen wir über was anderes reden, was sehr wichtig ist natürlich auch für euch, denn ihr wollt wissen, wie bekommt ihr am Ende des Semesters eure Studierendenausweise und eure Zertifikate und die bekommt ihr natürlich nur, wenn ihr eure Studierendenausweise per E-Mail einschickt. Wer das noch bis zum 14.12. schafft dieses Jahr, der bekommt sein Zertifikat sogar noch dieses Jahr. Alle, die es nicht so schnell brauchen, die schicken es einfach danach ein, die bekommen das dann im neuen Jahr zugesandt. Also alle Symbole oder mindestens drei Symbole auf dem Studierendenausweis ausfüllen, das Ganze per E-Mail mit einem Foto an uns schicken und dann bekommt ihr eure Zertifikate von uns zugesandt. Das vierte Symbol gibt es natürlich erst heute nach dem Vortrag, also immer schön dranbleiben. Und jetzt kommen wir auch schon zu unserem heutigen Gast, zu unserem heutigen Thema und das ist Dr. Oliver Wings aus Bamberg und er leitet seit August diesen Jahres das Naturkundemuseum in Bamberg und ist Paläontologe. Und ihr wisst, was das heißt, es geht um Dinosaurier und Herr Wings stammt ursprünglich aus Erfurt und das fand ich total super, als ich das gelesen habe, der wollte schon als Kind Paläontologe werden. Jetzt ist das vielleicht noch nicht so besonders, weil alle wollen irgendwie als Kinder vielleicht was mit Dinos machen, aber er hat schon als Kind im Naturkundemuseum gearbeitet. Das muss uns, glaube ich, gleich nochmal erklären, wie das geht, dass man als Kind im Naturkundemuseum arbeitet. Später hat er dann auch an ganz vielen Unis gearbeitet, an ganz vielen verschiedenen Museen, auch im Naturkundemuseum in Berlin zum Beispiel. Wer dort schon mal war, weiß, auch da gibt es ganz viele Dinos zu sehen. Und sein Doktorarbeitsthema, das fand ich ganz besonders toll, das waren Magensteine bei Dinosauriern. Er verzieht da keine Miene, aber ich finde irgendwie Magensteine bei Dinosauriern, das finde ich irgendwie schon, ist ein tolles Thema, weil ich mir darunter natürlich gar nichts vorstellen kann, wie man das heute noch erforschen kann. Ja, jetzt sehen wir ihn hier nicht in der Wüste stehen bei Ausgrabungen, da hätte er nämlich keine Internetverbindung, sondern er sitzt in seinem Büro in Bamberg und wartet auf uns. Und ich will gar niemanden auf den langen Foltern spannen. Herr Wings, es geht gleich los und ja, aber das müssen Sie sich noch aufklären, wie das funktioniert, dass man als Kind in dem Naturkundemuseum arbeitet. Das müssen Sie uns jetzt auf jeden Fall noch erklären. Den Akkurs müssen Sie jetzt denken, wir sind begeistert und Ihnen gehört die Bühne jetzt. Das werde ich tun. Also vielen Dank für die Einführung. Ja, also Paläontologie ist schon das, was mich immer interessiert. Ich habe vor allen Dingen viele Fossilien schon gesammelt als Kind. Wahrscheinlich hat jeder irgendwie zu Hause so eine kleine Sammlung, aber ich habe eigentlich jeden Urlaub, einen Ostsee-Urlaub bei uns immer dazu gebracht, den Sand zu durchkämmen am Strand und die Stücke rauszusammeln. Und das war so der Anfang. Und damals gab es die Möglichkeit, da gab es eine Arbeitsgemeinschaft junger Geologen, wo man mitmachen konnte, die vom Naturkundemuseum in Erfurt organisiert war. Und da haben wir uns alle zwei Wochen immer getroffen, haben dann so verschiedene Fossilien mal besprochen oder Minerale. Im Sommer sind wir auch in die Steinbrüche rausgefahren und haben selber Sachen gesucht. Und dann gab es die Möglichkeit als Schüler, also so Schülerarbeit zu machen. Also im Naturkundemuseum habe ich da mal angefragt und dann hatte ich die Möglichkeit dort schon als Kind, also da war ich so, naja, 13, 14 etwa, mitzuarbeiten. Und dann konnte ich vor allen Dingen, ja meistens, das war in so einem Kellerraum, da waren viele Schubladen drin, die zugestaubt waren mit, also mit den Objekten, die komplett zugestaubt waren. Ich konnte dann immer so mehrere Schubladen pro Tag mit so einem kleinen Handwagen abholen, habe mich dann in den Garten vom Museum gesetzt und habe so eine große Wanne mit Spülwasser gehabt und habe diese ganzen Fossilien alle wieder freigemacht. Und das war so meine Anfänge. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, also jedes Fossil sieht anders aus, ja, also auch wenn es das gleiche, das gleiche Tier war. Und da habe ich mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, das will ich eigentlich machen. Und das war so der Startschuss. Und zum Glück hat das auch alles so geklappt, wie ich mir das vorstelle. Und ja, jetzt bin ich wirklich Paläontologe, bin Dinosaurierforscher, einer von wenigen in Deutschland, die das machen. Ja, komme auch ins Gelände raus. Also ich war jetzt vor zwei Wochen mal kurz in Südafrika und habe dann da neue Fundstelle mit entdeckt, die ganz fantastisch ist. Also da bin ich auch ganz froh, dass das geklappt hat und kann neben der Forschung jetzt auch hier ein bisschen was im Bamberger Museum der Öffentlichkeit zeigen. Ja, und heute freue ich mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, hier die Kinder-Uni mitzumachen und auch was über Dinosaurier zu erzählen. Ich gebe jetzt einfach mal meinen Bildschirm frei. Ich hoffe, das klappt. Ich schalte mich mal weg, Herr Wings, damit die das für sich haben. Bildschirm 2, wenn ich das freigeben mache. So, ich habe jetzt nämlich auch zwei Bildschirme. Da gucke ich immer so zur Seite, aber das muss ja trotzdem funktionieren. Okay, funktioniert, ja. Also alle sehen die Stadtseite. Wunderbar. Okay, gut. Also das Thema gigantisch und steinalt. Was sind eigentlich Dinosaurier und wo und wie findet man sie überhaupt? Da möchte ich natürlich insbesondere auf unsere Region hier in Deutschland ein bisschen eingehen. Die erste Frage ist, was sind eigentlich Dinosaurier? Ich gucke mal gerade, dass das hier weitergeht mit den jetzt. Was sind eigentlich Dinosaurier? Das ist eine Frage, die ich eigentlich allen Zuhörenden mal stellen möchte. Und zwar zeige ich euch jetzt Bilder und ihr könnt dann mit Ja oder Nein antworten. Ich hoffe, das funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Das ist das erste Bild. Ist das ein Dinosaurier? Dino oder nicht? Ihr könnt das jetzt alle wählen. Ihr habt jetzt ungefähr eine halbe Minute Zeit, also schnell entscheiden. Und dann können wir das ja mal einblenden. Wie viele von euch glauben, dass das ein Dinosaurier ist oder dass das kein Dinosaurier ist. Da kommen noch ein paar andere Bilder danach. Und einige sind gar nicht so leicht. Aha, okay, gut. Also 80 Prozent sagen Nein, 20 Prozent sagen Ja. Okay, also die 80 Prozent haben recht. Das ist kein Dinosaurier, sondern das ist ein Mammut. Ja, das ist also ein Säugetier, was auch ausgestorben ist aus der letzten Eiszeit. Also gar nicht so alt. Das ist nur 10.000 Jahre her. Aber die Tiere sind keine Dinosaurier. So, nächstes Bild. Das ist, glaube ich, noch relativ leicht. Ich muss ja mal gucken, dass ich diesen Bildschirm jetzt. So, ist das ein Dinosaurier? Das ist relativ leicht, glaube ich. Dino oder nicht? Das ist die Frage. Steht übrigens im Berliner Naturkundemuseum. Jetzt wieder. War, glaube ich, zwei Jahre irgendwie auf Tour. Aber steht jetzt wieder da. Ja, den schönen Namen Tristan. Ja, ist es ein Dinosaurier? Ja, 99 Prozent. Ja, wunderbar. Das stimmt. Also das ist ein Dinosaurier. Den kennt ihr sicherlich alle. Man kennt ihn an den zwei Fingern. Da erkennt man, also man sieht an den scharfen Zähnen, an dem großen Schädel, das ist ein Raubdinosaurier. Und an den zwei Fingern erkennt man, das ist ein Tyrannosaurus. Das ist Tyrannosaurus rex. Gut, nächstes Bild. Ist das ein Dinosaurier? Das ist schon ein bisschen älter, das Bild. Ja. Hm. Vielleicht gar nicht so leicht. Nein, genau. Ich sehe, ihr kennt euch wirklich gut aus. 84 Prozent sagen nein, das stimmt. Das ist Godzilla. Ja, ihr kennt ja sicherlich auch. Das ist natürlich so ein von Menschen ausgedachtes Monster. Das ist kein Dinosaurier. Aber der hat natürlich Züge von so einer Echse, von so einem Dinosaurier. So, jetzt wird es schon schwieriger. Ist das ein Dinosaurier oder ist das kein Dinosaurier? Kennt ihr sicherlich auch. Unten steht auch, wie es heißt, das Tier. Dimitrodon heißt das Tier. Hat so ein großes Rückensegel. Große Fangzähne vorne. Aber ist es ein Dino? Ja. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ha. 87 Prozent sagen ja und 13 Prozent sagen nein. Also die, die nein gesagt haben, haben recht. Das ist kein Dinosaurier. Das ist nämlich ein säugetierähnliches Reptil. Das waren so die Vorläufer von den Säugetieren, die es vorher gab. Das hat vor den Dinosauriern überhaupt gelebt im Erdaltertum. Am Ende des Erdaltertums hat der Dimitrodon gelebt. Also kein Dinosaurier. Obwohl er meistens auch als solcher häufig verkauft wird, auch als Spielzeug. Aber das ist keiner. Sind das Dinosaurier? Das glaubt ihr. Das wird schon immer schwieriger, die Fragen. Ja, die kennt ihr das sicher. Das ist die Gruppe der Flugsaurier. So heißen die. 70 Prozent sagen ja, 30 Prozent sagen nein. Die, die nein gesagt haben, haben wieder recht. Das ist auch kein Dinosaurier. Die Flugsaurier sind zwar mit den Dinosauriern sehr eng verwandt, aber es sind keine richtigen Dinosaurier. Dinosaurier haben wirklich nur auf dem Festland gelebt. Also auch Meeressaurier sind keine Dinosaurier. Okay. So, dann ist das noch ein Schnappschuss, den ich mal gemacht habe. Sind das Dinosaurier? Nichts gibt es ja heute noch. 77 Prozent sagen nein. 23 Prozent sagen ja. Die, die ja gesagt haben, haben recht. Das sind Dinosaurier. Alle Vögel, die es heute gibt, sind entstanden aus kleinen Raubdinosauriern und zählen dazu, also entwicklungsgeschichtlich betrachtet, von der Evolution her gesehen, sind das wirklich Dinosaurier. Also sind die Nachkommen der Dinosaurier, sind natürlich jetzt schon vom Skelett so weit verändert, dass man die nicht direkt immer dazu zählen würde. Aber die sind aus Dinosauriern entstanden und da das die Ursprungsgruppe ist, sind alle Vögel heute, die noch leben, Dinosaurier. Also Dinosaurier gibt es heute auch noch. Es sind ungefähr 10.000 Arten, diese Vögel. Und das macht das Ganze schon ziemlich spannend, auch für uns Paläontologen. So, eins habe ich, glaube ich, noch. Mal gucken. Genau. Ist das ein Dinosaurier? Das ist auch ein Bild, was ich selber mal gemacht habe. Ich glaube, das kommt aus Utah. In den USA, in Amerika. Leben wir dort in der Wüste. Ich bin gespannt. Ha, das ist genau die Hälfte. Die Hälfte sagt ja, die Hälfte sagt nein. Nein. Also die, die nein gesagt haben, haben recht. Das ist kein Dinosaurier, aber es ist ein Saurier. Ja, also da muss man auch einen Unterschied machen zwischen Saurier, was eigentlich bloß Echse heißt, und Dinosaurier, was eigentlich heißt schreckliche Echse. Okay, vielen Dank für das Mitmachen. Jetzt geht eigentlich mein Vortrag los. Jetzt mache ich hier mal weiter und erzähle euch was. Schauen wir mal. So, also was macht einen Saurier zum Dinosaurier? Echsen, ne? Und Dinosaurier sind die schrecklichen Echsen. Es gibt ganz viele verschiedene Merkmale. Da will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Also am Schädel gibt es Merkmale. Es gibt am Postkanian-Skelett, also am ganzen Skelett hinter dem Schädel gibt es Merkmale. Vielleicht zwei Sachen, die ihr euch aber merken könnt. Also viele Sachen, von denen sind ganz kompliziert. Da muss man erst mal gucken, welche Knochen das überhaupt sind. Aber es gibt zwei Sachen, die könnt ihr euch merken, wie man Dinosaurier relativ gut erkennen kann im Vergleich zu anderen Echsen. Und zwar sind das zum einen Schädel, die viele Öffnungen haben. Also man sieht hier auf der linken Seite zwei verschiedene Schädel, zu dem hier unten kommen wir nachher nochmal. Der ist auch bei mir hier hinter auch aufgestellt. Man sieht, dass sie sehr viele Öffnungen haben. Die sind also sehr leicht gebaut. Und das Zweite ist, dass die Beine aufrecht unter dem Körper stehen. Ja, also man sieht das hier. Heutige Echsen, auch Krokodile und so weiter, die haben so seitlich abgespreizt ihre Beine. Und die Dinos hatten die, ähnlich wie wir auch, die Beine direkt unterm Körper. Und das kann natürlich, dadurch ist das Gewicht sehr gut verteilt. Deshalb konnten die Dinos auch so groß werden, weil diese Füße dann direkt wie Säulen unter dem Körper standen. Und die Füße und die Beine. Und die haben das schwere Gewicht von den richtig großen Langhaltsdinosauriern, die den Sauropoden dann auch tragen können. Also diese zwei Merkmale könnt ihr euch merken. Merken, Dinosaurier erkennt man daran, dass die Beine aufrecht unter dem Körper stehen und dass sie viele Öffnungen im Schädel haben. So, wann haben Dinos lebt? Jetzt wird es eigentlich spannend. Das kennt ihr vielleicht so oder so ähnlich, dieses Bild. Das ist so eine Übersicht der Erdgeschichte und was da so an Tieren und Pflanzen gelebt hat. Das hat sich natürlich immer weiterentwickelt. Die Dinos waren hier im Mesozoikum. Also Trias, Jura, Kreidezeit. Das sind so die Zeiträume, wo die Dinos gelebt haben. Die großen Dinosaurier. Und dann kam der Einschlag von dem Asteroiden am Ende der Kreidezeit, am Ende des Mesozoikums. Dann sind die großen Dinosaurier ausgestorben. Und die einzigen, die es geschafft haben, sind die Vögel aus der Gruppe. Und die Säugetiere hatten dann aber freie Bahnen, weil die Dinos sie nicht mehr bejagt haben. Die konnten sich dann ganz schnell entfalten. Die Vögel übrigens auch. Und die haben dann viele der Lebensräume dann neu besetzen können. So, jetzt aber um diese Zeit mal ein bisschen besser einzuklemmen. Also Mesozoikum, Erdmittelalter. Trias, Jura, Kreide. Das ist da, wo die Dinos gelebt haben. Aber wie viel Zeit steckt da überhaupt drin? Kann man sich das überhaupt vorstellen? Also das sind ja mal so Zeiträume. Das geht so vor 250 Millionen Jahren los. Und die Kreidezeit war zu Ende vor ungefähr 66 Millionen Jahren. Das klingt immer so ganz weit weg. Kann man sich das vorstellen? Wie alt ist eigentlich unsere Erde? Und ich habe mir mal so einen Vergleich ausgedacht. Für die unter euch, die jetzt schon ein bisschen über zwölf Jahre alt sind, dann kann man das sehr gut vergleichen. Also die Erde selber ist ungefähr 4,56 Milliarden Jahre alt. Das ist eine riesige Zahl. Kann man sich echt nicht vorstellen. Aber wenn man ungefähr zwölfeinhalb Jahre alt ist, dann hat man etwa 4.560 Tage gelebt. Und das würde heißen, dass pro Tag, den man dann alt geworden ist, eine Million Jahre vergangen ist. Und das nehmen wir jetzt mal so als Maßstab. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt mal, ich gucke mal, ob ich das hier hinbekomme. Dann gucken wir das jetzt mal als Maßstab an. Wenn man zum Beispiel, also wann ist das Leben entstanden? Das ist die erste Frage, ist die erste Frage. Ja, da können wir natürlich wieder eine Umfrage machen. Aber ich sage es euch. Also guck mal, hier unten, hier unten vielleicht nochmal zu diesem Balken, den man hier sieht. Also da ist die Erde entstanden, hier drüben. Ich hoffe, ihr seht auch den Pfeil oder den Mauszeiger bei mir. Hier sehen wir jetzt gerade, da ist das Leben ungefähr entstanden. Und das, was wir vorhin gesehen haben bei dieser Übersicht des Lebens, das ist eigentlich bloß dieser bunte Teil hier. Also wir sind eigentlich noch ganz weit weg von dem, wo das Leben sich richtig entfaltet hat und ganz viele verschiedene Tiere und Pflanzen da waren. Sondern wir sind ja noch am Anfang. Und das also relativ früh, nachdem die Erde hier entstanden ist, so als heißer Glutball, gab es dann schon Leben. Und das sieht man hier in solchen Linien im Gestein. Das sind meistens irgendwelche Algenlagen gewesen, so Algenschleime. Die haben dann Sediment eingefangen, also so kleine Partikel von Sand und haben die mit eingebaut. Und an diesem lagigen Aufbau erkennt man, dass das wirklich Lebewesen damals schon war. Und genau, da wärt ihr, wenn ihr heute zwölfeinhalb gewesen seid, zwei und ein Vierteljahr ungefähr alt, da ist das Leben entstanden. So, Dinosaurier sind entstanden. Da war mal ein riesen Sprung. Also hier, guck mal, diese ganze Zeit ist dann schon vergangen. Da sind wir jetzt hier wieder im Mittelalter. Da wärt ihr fast zwölf Jahre alt. Vor 230 Millionen Jahren war das. Ja, also wärt ihr fast zwölf Jahre alt in unserem Vergleich. Und dann sind die Dinos ausgestorben. Vor 66 Millionen Jahren, das habe ich schon gesagt. Das war vor zwei Monaten. Also gar nicht so lange her. Man sieht das hier. Also das ist der Zeitraum hier gewesen, wo die Dinos gelebt haben in der Erdgeschichte. Und dann ist noch die Frage, wann waren die Menschen eigentlich da? Vor 300.000 Jahren etwa. Und das war heute Morgen. So um 10 rum. Ja, also so kurz ist der Mensch auf der Welt hier gewesen. Und die Dinos haben ungefähr zwei Monate von eurem Leben dann überlebt. Und die Menschen gerade mal sieben Stunden. Mal gucken, wie lange wir noch durchhalten. Wir geben uns ja Mühe, dass das noch eine Weile dauert. Okay, nun mal so als Vergleich, wie man diese Zeit ungefähr einschätzen kann. Jetzt noch ein anderes Bild, wo ich gar nicht näher darauf eingehen will, sondern einfach mal zeigen will. Das ist der Stammbaum der Tetrapoden. Tetrapoden heißt Vierfüßer. Das heißt, alle Tiere, also Wirbeltiere, die vier Füße haben. Also wir haben auch vier Füße, auch die Hände zählen da jetzt dazu bei uns. Die sind natürlich jetzt speziell angepasst. Aber die meisten ursprünglichen Tiere hatten halt auch dann vier Gliedmaßen, mit denen sie sich fortbewegt haben. Und nur mal ganz kurz. Also hier unten, das sind die Amphibien. Die gibt es heute noch. Das sind die Frösche, das sind die Molche und andere Gruppen. Alles, was hier, also das ist die Zeit, die fortschreitet. Das ist Triasura greide hier wieder. Das ist das Mesozoikum, das Erdmittelalter. Und man sieht schon, hier gab es dann, es gibt mehrere größere Einschnitte. Also hier gibt es einen großen Einschnitt, da schaffen es viele Gruppen gar nicht rüber. Die sterben alle aus. Das ist so, wie weit die verbreitet waren. Je breiter das ist, desto mehr waren davon da. Zum Beispiel bei den Fröschen sieht man, die Frösche haben sich jetzt hier rausgebildet. Auch zusammen mit den Dinos in der Trias-Zeit. Und dann sind hier oben viel, viel mehr gewonnen. Also die breiten sich immer weiter aus. Viele Gruppen von denen sind ausgestorben. Das sind die Säugetiere, die es heute noch gibt. Das ist das Schnabeltier, dann gibt es hier die Beuteltiere. Und es gibt uns sozusagen als Plazentalia, also als die normale Gruppe der Säugetiere. Bei Vögeln sieht man auch, hier sieht man das ganz gut. Das sind die Dinosaurier. Dieser Teil hier, die sind also relativ klein hier. Dann hier viel, viel mehr geworden. Hier oben sind sie schon wieder geschrumpft gegen Ende. Und dann kam der Meteoriteneinschlag und der hat dann viele Gruppen zum Aussterben gebracht. Und die einzigen, die es geschafft haben, sind die Vögel. Und ihr seht, die Vögel kommen hier aus den Dinosauriern raus und entwickeln sich dann ganz vielfältig weiter. Und das ist also so ein Überblick über die ganzen Tetrapoden. Nur mal, damit ihr wisst, also Dinosaurier sind gar nicht alles, sondern wir als Paläontologen müssen uns natürlich auch, also als Wirbeltierpaläontologen jetzt müssen uns zum Beispiel diese Tetrapoden näher angucken. Aber wir gucken uns auch noch die Fische an. Und da gibt es noch so viele andere wirbellose Tiere. Also Schnecken, Muscheln, Seesterne, ganz, ganz viele andere Gruppen. Und Krebse und so weiter. Mit denen beschäftigen wir uns auch als Paläontologen. Ja, wo finden wir eigentlich Dinosaurier? Das ist jetzt eine ziemlich interessante Frage. Wir gucken uns mal diese Karte an. Das ist die geologische Karte von Deutschland. Die sieht ein bisschen anders aus als das, was ihr kennt. Die Umrisse erkennt ihr sicherlich hier. Hier oben Norddeutschland, hier unten Süddeutschland. Und die ist aber total farbig. Und diese Farben bedeuten eigentlich immer andere Ablagerungszeiten, von den Gesteinen, die dort an der Erdoberfläche zu finden sind. Also wenn wir uns zum Beispiel jetzt hier das Thüringer Becken angucken, das sind irgendwie so violette Farben. Und das ist eigentlich Trias. Das ist Trias, also der untere Teil vom Erdmittelalter. Und hier in der oberen Trias im Kolbert, da haben sich die Dinos entwickelt. Das heißt, da wo diese Schichten vorkommen, da können auch Dinosaurier vorkommen. Hier unten haben wir das Blaue noch vielleicht als Beispiel. Das ist die Schwäbische Alp, die Fränkische Alp. Das ist jetzt der Jura. Und der Jura ist auch in Deutschland sehr weit verbreitet. Aber da sind viele Schichten eigentlich mit Meeresablagerungen bedeckt. Und da wird es natürlich auch schwer, Dinos zu finden, weil die Dinos haben ja alle am Westland gelebt. Das heißt, man braucht also Landablagerungen. Man braucht Landablagerungen, die genauso alt sind wie die Dinosaurier. Das heißt, die müssen aus der Triaszeit, aus der Jurazeit oder aus der Kreidezeit stammen. Vielleicht ein paar Beispiele dazu. Das sind Dinosaurier aus Deutschland. Das ist eigentlich so der typisch deutsche Dinosaurier. Da gibt es, glaube ich, über 100 Skelette mittlerweile, die man da gefunden hat. Und da heißt Plateosaurus, die plattige Echse sozusagen. Hier sind so ein paar Rekonstruktionen aus dem Museum in Stuttgart gezeigt. Und hier ist eine alte Skelettrekonstruktion. Früher hat man gedacht, die waren auch zweibeinig, haben auf ihrem Schwanz so gesessen. Heute weiß man, dass die wirklich eher auf allen Vieren unterwegs waren, manchmal sich aufrichten konnten. Aber dass der Schwanz auch frei getragen war. Also nicht so wie bei den Echsen heute am Boden schleift, sondern Dinosaurier haben den Schwanz auch immer in der Luft. Auch das ist ein gutes Erkennungsmerkmal, wenn man irgendwo ein Skelett sieht im Museum. Und ihr seht, der Plateosaurus kommt hier vom Harz zum Beispiel. Der kommt hier aus dem Thüringer Wald. Und der kommt auch von der Schwäbischen Alp hier unten. Da gibt es Fundstellen, wo ganz viele Skelette, also dutzende Skelette teilweise gefunden wurden. Und dann gibt es halt noch viele andere. Ich habe hier nur da noch was drin, wo noch einige Funde dazukommen. Also wenn man die alle Fundorte zusammenzählt, sind das allein bei Plateosaurus wahrscheinlich zwei Dutzend oder so in Deutschland. Also die findet man schon relativ häufig. Noch ein Beispiel aus der Jura- und der Kreidezeit. Iguanodorn kennt ihr vielleicht. Das ist der Dino mit dem Donnen auf den Daumen. Ein Pflanzenfresser aus der Kreidezeit, aus der Unter- und Kreidezeit. Auch da haben wir tolle Funde hier von Neden, so heißt der Fundort. Der liegt in Nordrhein-Westfalen heute. Und aus der Jura-Zeit noch als Beispiel der Archäopteryx. Dem habt ihr sicherlich schon gehört. Das ist der Urvogel, also einer der ersten Vögel. Also so ganz genau kann man das nicht sagen, weil mittlerweile gibt es andere Funde, gerade aus China, die auch Merkmale von Reptilien und von Vögeln haben. Also Vögel, eines der Merkmale ist halt, dass die Federn haben. Aber auch gibt es mittlerweile viele Dinos, die Federn haben. Das macht den Übergang sehr schwierig. Also Archäopteryx, wenn man den ohne diesen Federabdrücke gefunden hätte, hätte man wahrscheinlich gesagt, das ist ein kleiner zweifüssiger Dino. Und das war er auch. Also daraus haben sich dann die Vögel weiterentwickelt, aus solchen Mischformen sozusagen. Okay, dann noch ein Beispiel. Da möchte ich jetzt ein bisschen näher drauf eingehen. Das ist der Europasaurus, auch aus der Jura-Zeit. Der ist nämlich hier vom Harzrand. Und dieser Europasaurus ist für mich ein bisschen speziell, weil ich mit dem auch viel gearbeitet habe. Und da möchte ich euch mal so ein bisschen zeigen, wie so ein Projekt überhaupt läuft. Der Europasaurus, der kommt aus diesem Steinbruch hier. Das ist der sogenannte Langenberg-Steinbruch. Der liegt bei Goslar, am nördlichen Harzrand. Und der ist noch im Betrieb. Man sieht hier unten so einen großen Radlader. Diese Räder von dem Radlader, die sind ungefähr zwei Meter groß. Da könnt ihr euch vorstellen, wie groß dieser ganze Steinbruch ist. Nämlich riesig. Und dann gibt es eine Schicht. Hier in dieser Schichtenfolge, ihr seht, die sind alle ganz steil. Das ist eine Schichtfläche, hier auf die wir drauf gucken. Eigentlich auf die Unterseite. Also das hier drüben ist die Oberseite, das ist die Unterseite. Und die sind natürlich so steil nicht abgelagert worden, die Schichten. Sondern die haben sich dann noch mal bewegt in diese jetzige Lage, als der Harz, als Mittelgebirge sich rausgehoben hat. Der ist nach oben gegangen und er hat sozusagen diese ganzen Schichten mitgenommen und so hochgeschleppt. Deshalb stehen die jetzt so steil da. Und ja, in einer dieser Schichten, da findet man auch Dinosaurier. Verrückt ist das Ganze, weil das eigentlich alles Meeresablagerungen sind. Und so sah zur damaligen Zeit ganz Europa aus. Also das hier ist ungefähr Deutschland, die Umrisse von Deutschland. Und wenn ihr genau hinguckt, hier ist der Langberg. Und hier drunter seht ihr so einen kleinen grünen Bereich. Das ist eine Insel. Und auf dieser Insel haben Dinos gelebt, die es da in diese Meeresablagerung reingespült hat, als sie gestorben sind. Und die haben wir auch da gefunden. Ja, aber ganz Europa sah halt komplett anders aus. Also man sieht viele, viele Inseln. Es gab damals viele weiße Sandstrände. Da war immer schön warm, tropisches Klima. Wäre ein tolles Urlaubsparadies gewesen, wenn nicht die großen Raubdinosaurier da gewesen wären. Da hätte man natürlich sehr aufpassen müssen. Ja, wie läuft sowas ab im Steinbruch? Ich gucke mal, ob das so noch geht. Genau, hier gibt es sogar noch so einen kleinen Zeitrafferfilm, der hier schon mit drin ist. Nee, geht nicht. Okay, ist egal. Haben wir abgeschaltet. Wir wissen, diese eine Schicht, also hier in dieser einen Schicht, wenn ihr den Kursor seht, in dieser einen Schicht sind diese Knochen gefunden worden. Hier haben wir eine große Grabung gemacht, also mit einer Sprengung und mit einem Bagger, der das rausgehoben hat, um diese Schicht freizulegen. Und dann haben wir mit einem großen Team hier gesucht, nach solchen Knochenfunden. Teilweise waren wir mit so einem großen Kran unterwegs, um hier oben in der Wand noch Sachen rauszunehmen. Also gerade kleine Mikro, kleine Fossilien, Zähne, das zeige ich gleich. Und die Stücke, die dann gefunden wurden, die wurden hier mit so einem Mini-Pressluft, haben wir präpariert. Und ja, wenn die Blöcke richtig gut waren, dann haben die so viele Knochen geliefert wie hier. Also alles zerfallene Skelette, keine ganzen Skelette mehr. Aber von denen, die Knochen selber waren super erhalten und es waren auch fast alle da. Also wenn man genau hinguckt, dann sieht man hier diese dunklen Stellen, das sind Zähne. Das ist also ein Kiefer gewesen hier. Ja, und das wünscht man sich natürlich, weil dann an so einem Schädel gibt es ganz viele Merkmale als Paläontologe, wo man dann auch bestimmen kann, was das für ein Dino ist. Was haben wir noch gefunden? Wir haben nicht nur Dinos gefunden, sondern auch andere Tiere und Pflanzen. Also wir haben Landpflanzen gefunden, die es da ins Meer reingespült hat. Wir haben ganz viele Fische gefunden, die man natürlich erwartet in so einer tropischen Meeresregion. Wir haben Schildkröten gefunden, auch die gibt es heute noch in solchen tropischen Gebieten. Wir haben eine Echse gefunden, die auch vom Festland reinkam. Also so ähnlich wie eine Eidechse, aber so ein Vorläufer auch. Die haben natürlich alle ganz spezielle Namen. Also Paramatelodie der Echse heißt die zum Beispiel jetzt. Diese Namen muss man als Paläontologe dann auch irgendwann lernen. Aber wenn man so oft genug gehört hat, dann merkt man sich die auch. Das geht dann ganz gut. Gut, das ist ein Flugsaurier, also auch kein Dino, aber der Flugsaurier, was auch ein großes Wunder gewesen ist, dass das sich so gut erhalten hat. Das sind die Oberschenkelknochen zum Beispiel hier. Das ist das Becken. Hier vorne wäre irgendwo der Kopf gewesen. Und die haben sich alle so zusammen gehalten. Dummerweise war das wieder ein Brocken, den man im Steinbruch gefunden hat. Das Tier war bestimmt komplett. Also wenn das größere Brocken gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich auch den Kopf von dem noch gehabt. Aber so leider nicht. Naja, gut. Krokodile haben wir, so kleine Babykrokodile eigentlich. Oder was heißt Babykrokodile? Also die sind ausgewachsen gewesen mit so einem Meter Länge etwa. Die gibt es heute auch nicht mehr. Die haben meist auch am Land gelebt. Und die nennen sich Atoposauride-Krokodile. Und das ist auch was Neues gewesen. Also diese Tiere haben wir so nicht sonst wo gefunden, sondern konnten wir die auch benennen. Und da heißt es Knötschke Suchus Langenbergensis. Knötschke, Nils Knötschke ist noch der Präparator gewesen beim Dinosaurierpark Münchenhagen, der diese Stücke auch präpariert hat. Und dem zu ehren heißt er jetzt Knötschke Suchus, also Knötschke Krokodil. Suchus ist eher so die Erinnerung für Krokodil dann. Und Langenbergensis nach dem Fundort am Langenberg. Genau, die Bilder hier, die schön bunten, das sind Schädelrekonstruktionen von so einem Schädel. Die haben wir dann durchleuchtet mit Röntgen und mit ganz vielen kleinen Scheibchen gemacht. Und diese Scheibchen wurden dann mühsam, also mit hunderten Stunden Arbeit, die da drin stecken, rekonstruiert. Und man hat jetzt so ein 3D-Modell, wo man sämtliche Knochen einzeln machen kann. Und das ist sehr gut, um die Stücke dann zu beschreiben und auch zu vergleichen mit anderen Funden. Also da muss man auch jetzt als Paläontologe relativ viel am Computer arbeiten mittlerweile. Genau, der wichtigste Fund ist aber der Dinosaurier Europasaurus. Das ist ein Bild von seinem Knochenquerschnitt. Also da ist der Knochen sozusagen durchgeschnitten worden, aufgeklebt worden auf eine Glasscheibe und dann runtergeschliffen worden. Man sieht sozusagen das Knochenwachstum. Also die Schichten hier sind zuerst abgelagert und nach außen hin hat sich das ein bisschen verändert. Man sieht ja solche Linien durchgehen, da kann man dann auch das Alter bestimmen. Und man kann zum Beispiel erkennen, dass die Knochen, obwohl sie ziemlich klein sind, doch ausgewachsen waren. Die Tiere waren ausgewachsen und das heißt, dass das Zwerge waren. Also das waren nicht gigantisch große Dinos, die wir hier hatten zu der Zeit, sondern das waren kleine Dinos. Und zwar so klein. Ich weiß nicht, wer von euch schon im Museum war in Berlin. Aber wenn, dann könnt ihr euch sicherlich an diesen großen Dinosaurier erinnern, wo hier dieser große, das ist richtig große Skelett steht. Das ist das größte weltweit original montierte Dinoskelett mit über 13 Meter Höhe. Da hieß früher Brachiosaurus, jetzt heißt er Giraffatitan. Und der sieht vom Skelettaufbau, sieht er eigentlich genauso aus wie der kleine. Das ist der Europasaurus, der hier davor steht. Man könnte annehmen, das ist das Baby oder so. Ja, oder das Jungtier. Aber nein, der ist ausgewachsen. Der war auch erwachsen schon. Und die Frage ist, warum war der so klein? Das war einer der Forschungsfragen, die wir uns gestellt haben. Und da hat sich dann herausgestellt, dass der auf dieser Insel gelebt hat, die Insel relativ klein war. Und der wahrscheinlich nicht mehr genug Futter gefunden hat, um so groß zu bleiben. Und dann passen sich die Tiere relativ schnell an. Also die kleinsten Tiere können sich dann am besten fortpflanzen. Und über mehrere Generationen schrumpft er ganz schnell zusammen auf so eine Größe, sodass der wirklich so ein handlicher kleiner Dinosaurier geworden ist, der Europasaurus. Wir haben auch noch andere Dinos entdeckt, dort im Langenbergsteinbruch. Das sind jetzt Zähne von verschiedenen Raubdinosauriern, um die euch mal zu zeigen. Also es sind jetzt basale Tyrannosaurier dabei, also so Vorvorgänger, also die Ururgroßeltern von dem Tyrannosaurus Rex. Die haben auch hier in Deutschland gelebt. Andere, Turvosaurus, Allosaurus, den kennt man vielleicht auch noch als Raubdinosaurier zur oberen Jura-Zeit. Die haben wir auch gefunden und noch ein paar andere mehr. Wir haben Dinosaurier-Fußabdrücke gefunden. Das ist auch so ein 3D-Modell, also das ist ein Foto hier. Und hier drüben sieht man so ein 3D-Modell. Je höher das ist, desto dunkler sind die Farben. Und die stammen von sehr großen Raubdinosauriern. Also die Fußabdrücke sind schon so 70 Zentimeter groß. Und da waren die Tiere sicherlich auch so, naja, 5, 6 Meter, wenn die schon gehabt haben, in der Körperlänge. Und die hätten den kleinen Europasaurus auf der Insel dann sicherlich auch aufgefressen. Also zu dem Zeitpunkt ist der Meeresspiegel wahrscheinlich zurückgegangen. Die Raubdinosaurier konnten von einer anderen Insel wieder einwandern und die haben den Europasaurus dann einfach aufgefressen. Das war wahrscheinlich wirklich so. Und wir haben auch Säugetiere gefunden. Das, was wir hier drüben, das sieht eigentlich schon aus wie ein richtiger Backenzahn. Das ist auch ein Backenzahn von so einem frühen Säugetier. Das war auch neu, das haben wir auch Teutonodon genannt. Also der Zahn der Teutonen sozusagen, der Deutschen. Und das stand alles aus dem einen Steinbruch. Wenn es euch interessiert, also natürlich habe ich das nicht alleine gemacht, ihr seht schon ganz viele Namen hier. Diese Namen sind alles Menschen, die mitgemacht haben bei mir. Die auch, ja, die Forschungskooperation nennt man das. Also die, wo man gemeinsam dran forscht, die da hat so eine Spezialität. Viele haben auch mit präpariert. Andere haben im Gelände mitgeholfen, die Funde zu bergen und so weiter. Und wir haben dazu auch so ein Buch rausgebracht, hier Europasaurus heißt das, Urzeitinsel voller Leben. Ich zeige euch jetzt nochmal hier zum Abschluss. Das funktioniert hoffentlich, sonst machen wir es extra. Nee, das funktioniert. Ich zeige euch mal ein Video, weil wir haben von diesem Buch auch die erste Hälfte. Ihr hört vielleicht sogar auch was. Wenn ich, ich lasse es mal aus, glaube ich, dann hört er lieber mich. So, dann, genau, wenn es euch interessiert, ihr könnt diese Videos zum Europasaurus und zu den Tieren, die damals mitgelebt haben auf dieser Insel zur Yoga-Zeit, die Videos könnt ihr auch bei YouTube alle angucken. Wenn ihr da nach Europasaurus sucht, dann kriegt ihr raus, wo die alle verlinkt sind. Da gibt es eine deutsche und eine englische Version. Ich glaube, das ist jetzt sogar nach die englische, die hier läuft, aber es gibt auch eine deutsche. Und wir stellen so ein bisschen die Tiere vor. Das sind alles so Bilder aus unserem Buch, die wir da haben. Wer so noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, dann könnt ihr das Buch euch kaufen. Das gibt es überall im Buchhandel. Und wir haben da lange dran gearbeitet, um das so ein bisschen aufzubereiten, weil ich immer auch wollte, dass man nicht unbedingt Paläontologe sein muss, um solche Sachen zu verstehen. Also hier sehen wir so ein großes Meereskrokodil, was erstmal durchs Meer schwimmt und was dann zu dieser Insel kommt. Und wo dann noch ganz andere Tiere auftauchen. Das schwimmt jetzt erstmal so ein Delta rein, dann schwimmt es irgendwie den Flusslauf hoch. Und man sieht schon, die Seiten sind bewachsen. Da gibt es ganz viele Nadelbäume, die dort wachsen. Das ist der Europasaurus, der taucht da auch auf. Das ist aber bloß der erste Teil des Buches. Da ist dann nur ganz kurz zu sehen. Und jetzt kommt das Krokodil zu so einem See. Und der See ist sozusagen der Paarungsort von dem Krokodil. Und da können nur die kräftigsten Tiere sich paaren. Das heißt, da gibt es jetzt erstmal einen Kampf. Da muss ich das Krokodil nämlich gegen die anderen Machimosaurier durchsetzen. Genau, das war sicherlich genauso blutig, wie das heute ist. Wir haben uns da jetzt bei den Farben und auch bei der Geschichte ein bisschen davon inspirieren lassen, wie das heute ist. Und heute bei Dinosauriern, äh, bei Dinosauriern sage ich, bei Krokodilen ist das auch so, dass die solche blutigen Kämpfe manchmal haben. Und dass die dann zum Beispiel so ganz tiefe Töne machen, wo das Wasser so vibriert. Und dann können die Tiere sich auch paaren und dann für Nachwuchs sorgen. Diese Meereskrokodile hier, diese Machimosaurier, die sind dann auch ausgestorben. Die gibt es heute leider auch nicht mehr. Genau, also wer sich die anderen Videos angucken will, kann das gerne machen bei YouTube. Die sind alle zu sehen. Das war jetzt so das Erste hier mit dem Machimosaurus. Und, ähm, da gibt es noch so ein paar Hinweise. Also die sind bei mir auf meiner Webseite auch auf Deutsch drauf. Wer jetzt das mit Englisch nicht so gut versteht, da kann sie es auch auf Deutsch angucken. Und, ähm, dann könnt ihr sehen, was es da noch so für Tiere gab. Okay, gut. Das war jetzt erstmal was, was ich, ähm, euch zeigen wollte. Ich mache jetzt hier kurz mal die Freigabe Stopp. Und was ich jetzt noch machen wollte, war, ähm, weil euch das bestimmt auch interessiert, euch nochmal ein Video zu zeigen von eigenen, äh, Dinosaurier-Ausgrabungen, die ich gemacht habe. Da müssen wir mal gucken, was wir das jetzt richtig finden. Ich mache das jetzt mal aus. Moment. Ah, so. Und jetzt geben wir das wieder frei. Und zwar das da. Okay, jetzt hoffe ich, sieht man das. Und jetzt starte ich das mal und erzähle euch noch ein bisschen, was man hier sieht. Also das sind das Dinosaurier-Ausgrabungen, die ich gemacht habe, ähm, die eine ganze Weile... Herr Wingsmann, sieht man nichts. Sieht man das? Sieht man noch nicht, leider. Ah, okay. Okay, okay, dann muss ich nochmal gucken, woran es liegt. Moment. Ach so, dann muss ich jetzt hier drauf drücken. Moment, genau. Jetzt. Klappt. Ja, okay. Also da steht was im Timelapse. Das sind so Zeitraffer-Aufnahmen. Und ich zeige euch, ich lasse das einfach mal laufen. Dann bewegen sich alle ganz schnell. Das sieht ganz lustig aus. Aber da kann man relativ gut erkennen, was wir da so machen. Das geht los mit einer Wüste in China, wo ich jetzt vor zehn Jahren ein größeres Projekt hatte. Und das ist auch mein Lieblingsdinosaurier. Übrigens, ich mache nochmal kurz Pause vielleicht dazu oder mache gleich nochmal zurück. Das ist mein Lieblingsdinosaurier. Der heißt Xingxian Titan chanchanesis. Den haben wir nämlich selber da ausgegraben und gefunden und dann auch neu beschrieben. Das ist so ein Riesentier. Man sieht hier drüben so einen großen Knochen. Das sind die Oberschenkelknochen auch gewesen. Und man sieht schon, das ist direkt in der Wüste. Da gibt es gar nichts Grünes, außer der Decke vielleicht hier unten. Aber nichts, keine Pflanzen mehr. So trocken ist es da. Man staubt immer ganz doll. Es ist richtig heiß. Und man braucht ein großes Team, um solche Sachen auszugraben. Okay. Bevor es weitergeht und ich das vergesse. Also, ihr könnt jetzt nochmal eine Umfrage machen. Und zwar, was ist euer Lieblingsdinosaurier? Entweder ihr schreibt das in den Chat rein. Oder ihr wählt jetzt einen aus dieser Liste, die wir hier haben. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Was soll der Lieblingsdinosaurier? Ist es ein T-Rex? Ist das ein Triceratops? Oder ist das vielleicht ein ganz anderer? Also meinen kennt er jetzt auch. Xingxian Titan chanchanesis, so heißt der. Der kommt aus China. Jetzt sind wir hier aber schon weiter. Ich mache hier mal weiter jetzt. Jetzt sind wir schon weitergewandert zur nächsten Ausgrabung. Das ist nämlich in, Moment, ach so, jetzt ging das zurück. Macht nichts. Das ist jetzt noch in China. Und gleich wandern wir wieder rüber zur Ausgrabung in Grönland. Das ist eine Ausgrabung in Grönland gewesen. Ihr seht schon ganz viel Schnee und Eis hier noch. Das war mitten im Hochsommer. Da war es relativ warm. Da konnte man sogar ein T-Shirt rumrennen. Aber ihr seht trotzdem, es taut alles weg. Hier, der Boden ist teilweise noch gefroren. Da muss man halt ganz anders rangehen als in der Wüste. Ihr seht hier diesen einen Knochen, den ich hier vorne gerade ausgrabe. Die Knochen sind jetzt gar nicht, in dem Fall jetzt gar nicht von einem Dinos. Wir haben auch Dinos dort gefunden. Aber die sind von einem großen landlebenden Krokodil, einem sogenannten Phytosaurier, der ähnlich ist wie die Theropoden, also die Raubdinosaurier vom Aussehen. Das ist jetzt der Langenberg-Steinbruch. Den habt ihr schon gesehen. In meinem Vortrag habe ich da ein bisschen was erzählt drüber. Hier kommt gerade der Bagger. Und jetzt gräbt der Bagger ganz, ganz viel aus. Und ich sitze hier drüben und pass auf, das ist kein schöner Job. Das sieht zwar aus, als könnte ich mich da ausruhen. Aber das ist nicht so. Man muss nämlich ganz doll aufpassen, wenn der Bagger was raushebt, dass da keine Knochen drin sind. Weil man will natürlich nichts kaputt machen, nichts zerstören. Und da muss man also ganz höllisch aufpassen. Insofern grabe ich lieber in Ruhe irgendwo aus. Und gerne auch mit einer Spitzhacke und so mal arbeiten, als dass ich hier daneben sitze und so aufpasse. Das war kein wirklich schöner Job. Aber mit dem Bagger hat es natürlich sehr geholfen. Also wenn man das alles mit der Hand rausgraben will, dann brauchen wir ganz viel, ganz viel Zeit. Der Bagger hat das, also er hat 600 Tonnen bewegt für uns innerhalb von einem Nachmittag. Genau. Und jetzt kommen gleich ganz viele Leute. Genau, das ist nämlich der Tag des Geotops. Im September gibt es einen Tag, wo man Steinbrüche besuchen kann. Und da haben wir hier auch unsere Fundstelle mal vorgestellt und den Leuten gezeigt, wo wir welche Knochen gefunden haben. Das ist noch eine Ausgrabung. Da ging es um Triceratops in dem Fall. Das ist in den Badlands von Montana in den USA, im nördlichen USA. Und man sieht so diese ganzen weißen Sachen hier, die da rum sitzen. Das sind alles irgendwie, ich mache nochmal kurz Pause, einen Moment so. Das sind alles irgendwie Knochen. Die werden jetzt hier, wenn ihr hier mal hinguckt, die werden jetzt hier erst mal mit so Zellstoff, nassem Zellstoff geschützt. Dann kommt da gleich eine Gipskappe drüber. Dann wird das rausgenommen. Und in der Zeit arbeite ich hier drüben. Wenn ihr hier genau hinguckt, dann sieht ihr hier so eine sehr flache Struktur, die hier irgendwie so wellig ist. Und das sind Sachen, die, wenn ihr euch, ja, man erkennt es wahrscheinlich nicht, wenn man nicht Paläontologe ist. Ich glaube nicht. Aber das ist ein Teil von dem Knochenkragen, vom Triceratops. Triceratops, das Dreigehirn, da hat so einen großen Knochenkragen hinten, vorne zwei Hörner und dann, also oben zwei Hörner noch und vorne auch noch ein Nasenhorn gehabt. Und das ist der Knochenkragen von dem Triceratops. Und diese Kugel, die ihr hier seht, das ist sozusagen die Aufhängung des Schädels. Ja, also hinten der Kondylust, so heißt das, wo die ersten Wirbel drüber sitzen und die Wirbel, die dann in die Wirbelsäule weitergehen. Das ist dieser Kondylust. Da sieht man hier ein Riesending. Und wir müssen aber auch natürlich diesen riesigen, schweren Knochenkragen und dem die Hörner und so weiter alles getragen haben. Also die waren sehr, sehr massiv gebaut, diese Triceratops hier. Na, ich mache hier mal weiter. Ihr könnt mal gucken, hier drüben wird jetzt eingegipst. Ich grabe hier in der Zeit ein bisschen aus. Man muss da vorsichtig vorgehen. Man sieht das schon langsam. Und ach so, das war es schon. Genau, war nur ein ganz kurzer Zusammenschnitt mal, dass ihr mal so seht, wie solche Ausgrabungen ablaufen. Gut, das war eigentlich alles, was ich euch zeigen wollte. Wenn ihr Fragen habt, dann, also zu Dinos generell, dann immer her damit jetzt. Ich bin noch eine Weile da. Solange ihr Lust habt, beantworte ich heute eure Fragen. Vielen Dank. Ja, jetzt sehen wir jetzt noch die Umfrage und was dabei rausgekommen ist. Und der T-Rex wäre auch mein Lieblingsdino gewesen, muss ich zugeben. 26 Prozent. Überhin, ein Viertel. Ja, den mögen die allermeisten Leute. Das Erstaunliche beim Tyrannosaurus, vielleicht noch so ein Funfact dazu, das Erstaunliche beim Tyrannosaurus ist, es gibt, also der Tyrannosaurus ist viel, viel besser erforscht als viele Tierarten, die es heute noch gibt. Weil sich so viele Leute für den Tyrannosaurus interessiert haben, dass da ganz viele Forschung drüber gemacht haben. Und also gerade bei Echsen oder so gibt es viele, die heute nicht so gut erforscht sind, also wo wir nicht so viel drüber wissen wie über den Tyrannosaurus. Ja, das liegt vielleicht auch im Jurassic Park, das den so viele mögen. Und wir wissen aus dem neuesten Teil, dass der T-Rex am Ende immer gewinnt. Das ist halt einer der größten Raubdinosaurier gewesen, die es gab, ja. Das kommt noch dazu. Okay, aber es waren ja irgendwie, es gibt doch ganz viele, die irgendwie so, es gibt auch irgendwie zwei, die Guanodon mögen. Also das sind... Guanodon, ja, so heißt der. Das ist, der da den Daumen immer so nach oben zeigt. Ich finde den toll, Guanodon. Das war ein Pflanzenfresser. Den hatten wir ja auch in Deutschland hier. Finde ich super. Aber gut, wenn wir die Raubsaurier zusammenzählen, dann kommen wir da ungefähr auf, naja, ein Drittel ungefähr. Also der Velociraptor ist ja auch ein kleiner Raubdinosaurier gewesen. Stegosaurus war einer aus der Jura-Zeit. Also der mit den Rückenplatten, den Stacheln am Schwanz. Paricephalosaurus ist einer, der hatte so ein Kopfschild oben, also so ein verstärktes Knochenschild, wo man nicht ganz sicher ist, ob der das konnte. Aber so ähnlich wie so ein Dickhorn-Schaf, die ja manchmal mit den Schädeln so zusammenstoßen, nimmt man an, dass der Paricephalosaurus das vielleicht auch gemacht hat. Aber dann gibt es auch andere Kollegen, die sagen, nee, das kann gar nicht sein, weil das ist alles so porös. Dann hätte er sich so weh getan, dann wäre der Knochen gebrochen. Und ach, ja, man weiß es noch nicht so ganz genau. Aber das ist halt auch das Schöne an der Paläontologie. Es gibt immer wieder was Neues zu erforschen. Und viele Sachen kann man auch nach mehreren Jahrzehnten wieder neu auf den Tisch packen, neu erforschen und stellt dann auch ganz neue Sachen fest, gerade mit neuen Technologien, die sich jetzt entwickelt haben, die uns natürlich auch sehr helfen, die Knochen besser zu verstehen. Genau. Okay, ich habe verstanden. Ich wäre wahrscheinlich der Paricephalosaurus, weil ich da auch so aussehe. Aber sind wir auch schon beim Symbol. Das ist eben, das müssen Sie jetzt sagen. Was ist das heutige Symbol? Ja, naja, unser Symbol ist natürlich ein Dinosaurier. Also dann darf jetzt jeder das den Dino malen, den er am besten malen kann oder der ihm am besten gefällt. Und das, denke ich, wird spannend. Also ich freue mich auch drauf, dann die nochmal sehen zu können. Ja, das geht natürlich nicht in Originalgröße. Und wir akzeptieren auch Vögel. Wir sind sehr viel Ziemann. Jeder nimmt seinen Lieblingsdino oder den, den er hinbekommt. Genau. Wobei, man muss auch sagen, also die kleinsten Dinosaurier, die waren nicht so gigantisch. Die waren auch wie die Vögel heute, teilweise nur so groß. Also so taubengroß und sowas gibt es auch durchaus. Okay, selbst das ist zu groß für unseren... Ja, selbst das ist zu groß, das stimmt. So, aber ich sage es Ihnen gleich. Jetzt kommen viele, viele Fragen auf Sie zu. Oh ja, okay. Ich gebe mir Mühe, alles zu beantworten. Ja, und wir fangen gleich mit einer schwierigen Frage an. Denn Reni hat ganz kritisch gefragt. Hm, aber wie kann das denn sein, dass Vögel auch Dinosaurier sind, nur weil sie von ihnen abstammen? Ich bin ja auch nicht meine Oma, hat sie gesagt. Das stimmt, aber sowohl sie als ihre Oma sind ja dann Menschen. Also die sind schon alle miteinander verwandt. Und man kann das sogar noch ein bisschen auf die Spitze treiben und sagen, okay, wir sind jetzt alle Europäer und so weiter. Also man kann da sogar noch weiter eingrenzen. Aber im Prinzip sind wir alle Menschen. Weltweit gesehen, wir zählen alle. Wir haben ja auch so einen Namen. Also wir heißen jetzt nicht Tyrannosaurus Rex, sondern wir heißen Homo Sapiens. Ja, also auch da gibt es einen Gattungsnamen und einen Artnamen. Und die Wissenschaftler hat sie, die Wissenschaft hat das schon alles irgendwie versucht zu kategorisieren. Funktioniert nicht immer. Aber bei Vögeln ist es halt wirklich so, wir haben eindeutige Hinweise. Also wir haben vor 20, 30 Jahren, als ich studiert habe, da war das noch so fast schon ketzerisch, dass man gesagt hat, oh, die Vögel sind Dinosaurier oder stammen von Dinosauriern ab. Aber mittlerweile gibt es tolle Funde aus China, die uns viele, viele dieser Übergangsformen zeigen, wo man dann wirklich sieht, okay, diese Vögel haben oder diese Tiere damals, die haben zum Beispiel erst Federn entwickelt und dann später erst den Flug. Diese ersten Federn, die waren eher so ein bisschen fusselig, ja, also wie so dicke Haare vielleicht. Und die waren wahrscheinlich nur dazu da, dass die kleinen Tiere sich gut wärmen konnten, weil wenn es immer eine kalte Nacht war, dann sind die schnell ausgekühlt. Und wenn die sich jetzt aufpustern mit diesen Fusseln, dann haben die die Wärme gut speichern können. Und erst später gab es dann, also auch da gibt es verschiedene Ideen, wie der Flug entstanden ist, gab es dann welche, die vielleicht von den Bäumen heruntergeknitten sind, die entweder unten versucht haben zu laufen, zu flattern. Ich habe einen Kollegen, das klingt für mich eigentlich sehr plausibel, der gesagt hat, die haben, das waren ja kleine Raubdinosaurier, die haben also andere kleine Tiere gejagt. Und wenn die die gejagt haben, dann haben die das so gemacht, wie heutige Raubvögel auch. Die haben sich, also sozusagen, sind auf die draufgesprungen. Und dann müssen die aber diese Beute, die fast so groß ist wie sie selber, die müssen die irgendwie stabilisieren. Das heißt, die haben ihre Arme ausgebreitet und haben dann so versucht, irgendwie sich zu stabilisieren und die Beute da in Schach zu halten. Und da helfen natürlich Federn ungemein, weil durch diesen Luftwiderstand können die sich wesentlich besser oben auf der Beute halten und diese Beute dann wirklich auch erlegen. Und das klingt für mich logisch. Und das Fliegen kam wahrscheinlich erst wirklich danach, nachdem die dann festgestellt haben, okay, ich habe jetzt einmal das. Ich kann mich also auch vor größeren Tieren, wenn ich selber flüchten muss, kann ich dann auch mal einen kleinen Hopser machen und ein paar Meter wegfliegen. Dann entkomme ich denen. Und das waren vielleicht so die Anfänger. Die Zähne zum Beispiel, die diese ganzen kleinen Raubdinosaurier noch hatten, die haben die dann verloren. Die sind dann, also Vögel heute haben ja keine Zähne mehr, aber die ersten Vögel, die man kennt, auch aus dem Fossierbericht, aus den Gesteinen, wenn wir die rausgraben, die haben noch solche Zähne. Und viele dieser Merkmale, also nicht nur das, da gibt es ganz viele, die krallen an den Fingern und so weiter, die dann wegkamen. Die haben sich dann im Laufe der Zeit, der vieler, vieler Millionen Jahren, also ganz, ganz viele Generationen haben die sich geändert. Aber ursprünglich sind alle Dinosaurier, nee, alle Vögel Dinosaurier. Wunderbar. Und damit sind wir schon bei der nächsten Frage, die auch mit den Vögeln zu tun hat, nämlich Marco fragt, ob alle Dinosaurier Federn hatten, wenn sie die Vorgänger der Vögel waren. Ja, interessante Frage. Das Problem bei Federn ist, Federn sind Weichteile. Ja, also das ist ja Horn, so ähnlich wie unser Fingernagel. Und die erhalten sich nicht gut. Also wenn solche Tiere eingebettet werden, also um die fossil zu bekommen, muss man die natürlich erst mal aus diesem Kreislauf des Lebens rausnehmen. Also normalerweise nach dem Tod werden die, kommen Aasfresser, fressen die Kadaver auf, dann kommen irgendwie Bakterien, die die ganze zersetzen, dann liegen die Knochen an der Oberfläche und die verwittern dann ein paar Jahrzehnte lang und dann sind die Knochen auch weg. Um Fusäen zu kriegen, muss man diese toten Tiere also erst mal extra bekommen, ja, also irgendwie ganz schnell überdecken, also aus diesem Kreislauf rauszunehmen. Und die werden dann also mit Sediment überdeckt und dann können da, also aus so einem Sand zum Beispiel, wenn die am Meer irgendwo sterben, am Strand, dann kommt so eine Welle, bringt neuen Sand, deckt die zu und wenn der ganze Meeresstrand sich senkt, dann kommt da neue Ablagerungen oben drüber. Das wird nicht wieder aufgedeckt von der nächsten Flut, sondern da kommen neue Ablagerungen oben drüber und dann werden diese Knochen da, ja, fossil. Also dann geht das Rundwasser durch, dann kommen da Mineralstoffe, die dann sich anlagern und die ganze Organik verschwindet und das ist das Problem. Die Federn sind eigentlich organik, das heißt, die erhalten sich gar nicht so oft und wir haben ganz wenig Fälle, wo Federn überhaupt gefunden wurden. Das sind also große Ausnahmen, also der Urvogel ist einer davon hier, aus den Plattenkalken in Süddeutschland, aber es gibt noch ein paar andere Fundstellen. Von vielen, vielen Dinos wissen wir gar nicht, ob sie Federn hatten. Von einigen kennen wir Haut, da wissen wir okay, das ist eher so schuppige Haut mit so großen Schuppen, manchmal so kleine dazwischen gewesen. Also ähnlich, wie man das auch bei Echsen heute kennt. Man nimmt an, das ist aber auch jetzt bloß so eine gewagte Vermutung, wir wissen es ja nicht, ob die Federn hatten oder nicht. Man nimmt an, dass viele Raubdinosaurier in Federn hatten, die ganz großen aber auch nicht. Also auch im Tyrannosaurus war sicherlich nicht überall gefiedert, weil der brauchte das gar nicht mehr. Der war so groß, dass er dann schon wieder Probleme hatte, der war ja so 12, 14 Meter lang, das Tier, dass der schon Probleme hatte, die Wärme wieder abzugeben. Je größer das Tier ist, desto schwieriger wird es, diese Wärme abzugeben. Das war auch wahrscheinlich ein großes Problem für die großen Dinosaurier. Elefanten als heutige Landtiere, die größten, die haben da einen guten Trick entwickelt, die haben ja so große Ohren, mit denen können die wedeln und diese Ohren, die geben dann die Wärme ab. Also wie so ein Ventilator, so ein bisschen. Und bei Dinos nimmt man an, dass die das teilweise über die Atmung gemacht haben, aber Federn hatten die bestimmt nicht mehr, die brauchten die ja nicht. Und fliegen konnten die ja auch nicht, die großen Dinos. Sie ahnen nicht, wie viele Fragen noch kommen, wenn Sie die jetzt alles ausdrücken, dann kommen Sie auch nicht. Das ist gut. Das machen Sie vor. Das war eine Frage, die Sie schnell beantworten können, nämlich eine Frage, die mehrmals kamen ist, ist das ein echter Dinoschädel im Hintergrund? Warum steht da eine Barbie? Ha, okay, das ist relativ einfach. Okay, das ist der Europasaurus, mit dem ich was erzählt habe. Das ist nicht der echte Schädel, der ist in der Form auch nicht gefunden worden, sondern mit einzelnen Schädelknochen, die dann aber abgegossen worden sind, also wo man Formen gemacht hat und aus den Originalknochen, aus den Formen, die man erstellt hat, hat man diesen Schädel wieder zusammengebastelt. Und die Barbie ist eine ganz spezielle Barbie, die gibt es schon gar nicht mehr, die ist noch ziemlich alt. Das ist nämlich die Paläontologen Barbie und die bekleidet mich jetzt auch schon seit über 20 Jahren. Und die ist aus der Serie, das finde ich auch immer ganz toll, die Carrier Collection, wie Girls Can't Do Anything. Wir Mädchen können alles, heißt das. Also Mädchen, aufgepasst, auch Paläontologen, es gibt sehr viele Paläontologen. Ich habe sehr viele tolle Kolleginnen, die auch tolle Forschung machen. Sehr, sehr gut. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage, die sehr oft vorkam. Und da haben Sie zum Beispiel Darya und Lily und Jennifer und Johannes und Maria haben sich gefragt, wie sind die Dinos wirklich ausgestorben? Weiß man ganz sicher, dass es ein Asteroid war oder gibt es auch andere Möglichkeiten dazu? Das ist eine komplexe Frage auch. Ich versuche das möglichst schnell zu beantworten. Also es gibt verschiedene Arbeiten, die zeigen, dass Dinosaurier, die Vielfalt der Dinosaurier eigentlich schon zum Ende der Kreidezeit zurückging. Das liegt vielleicht auch daran, dass dann die Blütenpflanzen aufkamen, also alle Laubbäume, ja alles, was blüht heutzutage, das sind neue Pflanzen, die erst so in der Kreidezeit sich entwickelt haben. Und die Dinosaurier waren da nicht unbedingt gut angepasst daran, die abzuweiden, sondern die hatten eher die anderen, also Nadelgewächse, ne, und, ja, so Baumfahne und sowas hatten die als Nahrung, Schachtelhalme. Also die Nahrungsgrundlage ging ein bisschen zurück. Dadurch, wir sind das schon weniger geworden und dann gab es wirklich diesen Asteroideneinschlag, das wissen wir garantiert, weil den kennt man, den hat man gefunden, den Krater, der ist im Golf von Mexiko, also vor Mexiko, Yucatan, der Halbinsel, gibt es so 120 Kilometer im Durchmesser einen Krater, wo das, wo der Asteroid reingeknallt ist damals und der hat weltweit Katastrophen ausgelöst. Also ganz Nordamerika ist von so einer Feuerwalze überrollt worden, es gab riesige Tsunamis, das wurde so viel Gestein verdampft, was dann als Asche in der Atmosphäre war über viele, viele Jahre, dass es global viel, viel kälter geworden ist, dass große Tiere keine Nahrung mehr gefunden haben, Tiere, die keinen Winterschlaf behalten konnten, auch nicht überleben konnten und das hat wirklich die großen Dinosaurier, das Schicksal der großen Dinosaurier besiegelt und nur die Vögel haben es geschafft, da wahrscheinlich auch nur relativ wenige, die Säugetiere haben es geschafft, ein paar andere Gruppen auch, meistens irgendwie Allesfresser, also Tiere, die irgendwie alles Mögliche fressen können und nicht so spezialisiert waren von der Nahrung, die haben es geschafft. Klingt sehr gut für uns Menschen, ja, für die Zukunft. Ja, aber gut, wir sind auch sehr verwöhnt, ich glaube, wir hätten bei so einer Katastrophe relativ geringe Chancen, also das, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir regelmäßig Nahrung kriegen, so als Warmblüter sind wir eigentlich schon zu groß, also das, wir brauchen zu viel Nahrung, wir können auch keinen Winterschlaf halten. Ja, stimmt, schade. So Hamster, Hamster besser. Jetzt kommen zwei Fragen, die sich gut kombinieren lassen, einmal von Arnoz und Mats, wie viele Dino-Arten gab es eigentlich komplett, also alle Dinos, die sie haben, die wir jetzt gelebt haben. Und Elsa fragt dazu, wie viele Dinosaurier noch haben sie selbst schon ausgegraben? Okay, die erste Frage ist relativ leicht zu beantworten, wobei das immer schwankt, weil es kommt immer wieder neue dazu. Aber es sind ungefähr 2000 Arten, die wir mittlerweile kennen, ja, und wir sind noch lange nicht am Ende. Also es gibt so viel noch zu entdecken und so viel auszugraben. Es kommt fast jede Woche ein neuer Dinosaurier dazu. Also fast jede Woche wird ein neuer Dinosaurier beschrieben. Die zweite Frage ist ein bisschen schwieriger, wenn man jetzt sagt, okay, die Arten, die ich selber beschrieben habe, also sagen wir mal, nicht nur Dinos, sondern so andere Tiere, die sonst keiner entdeckt hatte vorher, das sind vielleicht zehn. Ja, also da sind die Säugetiere mit dabei, da ist das Krokodil mit dabei und da sind auch Dinosaurier mit dabei. Also der letzte Dino, den ich beschrieben habe, der kam aus Grönland und der heißt Isisanec, das heißt übersetzt, also das Grönländische heißt übersetzt kalter Knochen. Ganz schöner Name ist, weil da war der ja im ewigen Eis, aber das war damals kein Eis. Also das ist das späte Eis gewonnen, aber also da kommen immer neue dazu und gerade wenn man jetzt in Regionen fährt, wo man noch nicht viel gesucht hat, dann hat man gute Chancen, da was Neues zu entdecken. Wie viele Individuen, also wie viele einzelne Tiere ich gefunden habe, kann ich gar nicht sagen, weil manchmal hat man solche Vorkommen, wo viele Knochen zusammengeschwemmt wurden von einzelnen Tieren und das sind wahrscheinlich Hunderte, würde ich mal sagen, aber bei manchen ist es auch nur ein Bruchteil eines Knochens. Da hat man wirklich nur einen Knochen, den man einem Tier zuordnen kann und dann sind wir natürlich immer auf der Suche nach mehr Material, damit wir die besser beschreiben können. Jetzt hat Annika gefragt, welcher Dino zuletzt gelebt hat. Jetzt können Sie natürlich einfach sagen, die Vögel, aber Sie meinten wahrscheinlich vor dem großen Aussterben, welcher war einer der letzten Dinos? Tyrannosaurus rex. Okay. Der Tyrannosaurus war noch am Ende da. Ja, genau. Und dann natürlich ein anderer, also der Tyrannosaurus zum Beispiel, der hat diesen Triceratops, diesen Dreihorn-Dino, den hat er auch gejagt. Das wissen wir ganz oft und hat, also ziemlich sicher gejagt, aber zumindest hat er die Kadaver auch immer gefressen, weil man sieht ganz häufig Knochen von diesen Triceratops, die so Kratzspuren haben und die Abstände von den Kratzspuren, die passen super zum Gebiss vom Tyrannosaurus. Also die konnten die Knochen auch richtig zermalmen, also richtig raufbeißen und dann sind die, also es sind ja solche Knochen auch von dem Triceratops, ja, einfach durchgebissen. Muss man sich mal vorstellen, was der Verkraft im Tiefer hatte. Damit beantworten Sie schon eine andere Frage, nämlich wie man überhaupt mit so wenigen Details rausfinden kann, wie die Dinos damals gelebt haben. Es gibt noch sehr viele Fragen zu den Ausgrabungen selber, zum Beispiel wie lange so eine Ausgrabung dauert, wenn Sie da sind. In dem Zusammenhang macht sich übrigens Schallerte Sorgen, haben Sie da überhaupt noch Zeit für Familie oder private Sachen, wenn Sie aber bei Ausgrabungen sind? Das ist eine gute Frage, ja, also habe ich privat für sowas noch Zeit? Ja, also glücklicherweise meine Partnerin hat da durchaus Verständnis für, dass ich dann bei solchen Sachen da bin. Ich habe da auch mal gleich am Anfang gesagt, es kann durchaus sein, dass ich zwei, dreimal im Jahr weg bin. Normalerweise dauern die Sachen so mehrere Tage bis Wochen, also selten länger als einen Monat. Man könnte natürlich länger graben, aber das ist natürlich auch eine Frage der Zeit. Also man hat meistens so eine Grabungssaison, also bei uns in der Nothradkugel wäre das jetzt im Winter, Quatsch im Winter, also im Sommer, und für die Südhalbkugel wäre es dann eher unser Winter hier, je nachdem, was man da macht und wo man da genau ist. In den Wüstengebieten zum Beispiel von China kann man eigentlich bloß im März und im September hin, weil im Sommer hat es da 50 Grad, im Winter hat es minus 30 Grad, das macht beides keinen Spaß und geht auch gar nicht. Und im Frühjahr hat man, wenn man Glück hat, so 20 bis 30 Grad, das ist ganz gut. Ja, wir haben eine Grabung hier vom Naturkundenmuseum in Bamberg, wo wir unsere Funde auch selber mit ausstellen können. Die läuft meistens so ein bis zwei Monate im Sommer. Ich hoffe auch, dass wir nächstes Jahr das wieder so machen können. Das wäre so der Zeitraum. Und normalerweise ist es auch so, dass wir immer unterstützt werden von Studierenden, also die dann auch Geologie oder Paläontologie studieren und dann ein Praktikum machen. Wir nehmen theoretisch auch interessierte Schüler, wenn die schon Lust haben und Zeit haben, da mal ein paar Tage mitzuhelfen im Gelände. Das ist aber schon relativ schwierig. Also man muss halt schon damit rechnen, dass man ständig Steine hochheben muss und tragen muss und genau untersuchen muss, dass es sehr heiß ist, dass es teilweise auch mal regnet und man trotzdem arbeiten muss. Also es ist nicht immer sehr schön. Und in den seltensten Fällen ist es so, wie man in Jurassic Park sieht, wo die am Anfang mit einem Pinsel die Knochen freilegen. Das gibt es auch, aber in ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen nur. Normalerweise ist es wirklich eine Knochenarbeit, wo man mit einer Schaufel und mit einer Schubkarre und so weiter stundelang erst mal beschäftigt ist, um die Stelle überhaupt freizulegen, wo man dann eventuell was findet. Auch das ist keine Garantie, dass man was findet. Okay, ich höre es nach. Heute werden Sie trotzdem einige Ansagen bekommen. Und ja, ich weiß nicht, ob Sie Linnea so gemacht oder darauf hofft, aber Linnea hat gefragt, können große Dinosaurier auf natürlichem Wege einfach wieder entstehen? Also nicht wie in Jurassic Park können die einfach irgendwann wiederkommen in der Weltgeschichte? Das ist eine interessante Frage. Also theoretisch ist es möglich, dass sich die Vögel wieder weiterentwickeln zu großen zweifüßigen Dinosauriern. Es sind ja Dinosaurier, wie gesagt, und es gibt auch zweifüßig laufende Vögel, auch flugunfähige Vögel. Man denke nur an den Vogel Strauß zum Beispiel. Die haben natürlich jetzt einen relativ kleinen Kopf, aber es gibt auch, nachdem die großen Dinos ausgestorben sind, gibt es auch ein paar andere Funde von Vögeln, die fast schon aussehen wie Raubdinosaurier. Die haben zwar keine Zähne, aber die haben einen großen Schnabel, die haben so einen großen Schädel, also ein Straußenschädel ist vielleicht so, und ein Tier, was genauso groß ist wie ein Strauß, hat ein Schädel so groß. Und das waren teilweise auch, also die heißen Terrorvögel, ja, und der Name war Programm. Also die haben durchaus auch andere kleine Säugetiere dann gejagt und dass die genauso aussehen, also dass genauso ein Tier nochmal entstehen wird wie der Tyrannosaurus Rex zum Beispiel, das wird es wahrscheinlich nicht geben. Theoretisch wäre es aber schon möglich, dass die sich wieder in solche Nischen entwickeln, also dass die dann, wenn da sonst keine Tiere da sind, dass dann auch wieder fleischfressende Vögel, also auch große Raubvögel, die es heute noch gibt, dass die vielleicht auch flugunfähig werden, wenn die so besser jagen können und dass die so ähnliche Nischen besetzen. Dass sie genauso aussehen, wird es wahrscheinlich nicht geben, aber dass sich da wieder große Rausentwickeln können, das kann ich mir schon vorstellen. Und es gibt auch witzigerweise ein Projekt in Amerika, wo man versucht, aus Hühnchen bestimmte Dino-Merkmale wieder rauszuzüchten. Also zum Beispiel, dass die Hühnchen dann wieder Zähne bekommen, so wie die Raubdinosaurier, die hatten, weil diese gesamte Erbinformation von den ganzen Generationen, die da vorher gelebt haben, die ist ja teilweise noch erhalten, nur irgendwie nicht aktiviert im Erbgut. Und man versucht dann bestimmte Merkmale wieder rauszuzüchten. Also dass die wieder Krallen kriegen am Flügel und dass die die Zähne haben und so weiter. Das ist ein langfristiges Projekt, wo die Erfolge noch überschaubar sind. Aber wer weiß, vielleicht werden auch da nochmal Dinos zurückgezüchtet. Das kann schon sein. Oh Gott. Also werden wir doch irgendwann Urlaub im Jurassic Park machen vielleicht. Ja. Aber ich meine, andere Gruppen, wie zum Beispiel die ganz großen Langhalsdinosaurier mit dem Brachiosaurus zusammen, die werden sicherlich nicht wieder da sein, nie wieder da sein, weil die sind ja ausgestorben ohne Nachkommen. Die einzige Gruppe, die es geschafft hat, sind wirklich diese kleinen Raubdinosaurier. Okay. Gut. Ich denke gleich mal, weil wir in Langhalsdinos sind. Isabella hat gefragt, warum haben sie Dinos überhaupt so einen langen Hals bekommen? Wozu war das gut? Ja, auch das ist eine super tolle Frage, wo es schon ganze Gruppen von Forschenden gab, die darüber geforscht haben. Also große Projekte, Verbundprojekte, wo es darum ging, wieso konnten die eigentlich so groß werden? Warum gibt es heute nicht mehr so große Tiere? Also so ein Elefant ist ja, also die größten Dinos waren vielleicht achtmal so groß wie ein Elefant. Also acht Elefanten zusammen sind ein so ein Dino und das ist ja irre, wenn man sich das vorstellt. Der lange Hals hat natürlich einen super Vorteil. Also zum einen braucht man sich nicht groß bewegen, hat ein riesiges Areal, was man so absuchen kann, wie so ein Staubsauger und alles erst mal abfressen kann, was da so ist. Und man kommt natürlich an Nahrung ran, das waren ja Pflanzenfresser, und man kommt an Nahrung ran, die andere Tiere gar nicht erreichen konnten. Also wirklich zehn Meter hohe Bäume, kein Problem. Und die haben sicherlich auch den ganzen Tag nur gefressen. Wenn man sich die Zähne von den Tieren anguckt, das macht man ja bei dem auch, der gehört ja auch zu dieser Gruppe, obwohl er zu klein war. Diese Zähne, die sind ja eigentlich wie so Stifte. Und die erinnern eigentlich eher an so ein Rechen als irgendwie an so Mahlzähne. Mahlzähne haben die gar nicht. Die haben überall diese Stifte hier gehabt und die haben das auch wie so ein Rechen benutzt. Die haben also, da kam der Zweig und die haben den Zweig wirklich so abgestreift und die ganzen Nadeln, die da dran waren oder vielleicht Gingoblätter sowas oder Pfandblätter, haben die einfach runtergeschluckt. Die haben die gar nicht zermahlen. Und dann haben die die im Magen gehabt. Das war übrigens ein Teil meiner Doktorarbeit mit den Magensteinen, weil heutige Vögel haben diese Magensteine, um ihre Nahrung zu zerkleinern. Und die Annahme war, dass die Dinos das auch gemacht haben, weil die haben ja so schlechte Zähne. Aber ich konnte zeigen, dass das nicht so war. Also die Dinos, es gibt nicht einen Dino, der so eine Magenmühle hatte wie so Vögel heute. Hühner, die picken diese Körnchen auf, die keine Zähne mehr haben und zermahlen damit ihre pflanzliche Nahrung im Magen. Bei den Dinos war es so, die waren eher wie so wandelnde Komposthaufen. Die haben also wirklich ganz viel runtergeschluckt und dann unten im Magen ist das lange, lange verdaut worden. Also mindestens 72 Stunden. Da gab es noch ein anderes Forschungsprojekt von Tierernährern. Die haben mal die Pflanzen, die es heute noch gibt, die die Dinos damals schon essen konnten, haben die mal untersucht, wie viel Energie ist da drin und wann wird diese Energie frei. Und dann kam raus, 72 Stunden müssen die das ungefähr verdaut haben, bevor das die Energie freigesetzt hat. Und das sind so Sachen, da arbeiten natürlich sehr, sehr viele Leute dran. Und der lange Hals bei den Dinos hatte noch einen Vorteil, nämlich diese Wärmeabgabe, was ich vorhin gesagt habe, die müssen ja ständig geschwitzt haben und die konnten die Wärme gar nicht mehr loswerden. In dem langen Hals wissen wir, also auch das ist so eine Leichtbauweise, wenn man sich diesen Kopf hier anguckt, der ist ja super fragil. Ganz viele Öffnungen, also die Knochen sind ja so ganz dünne Stäben hier noch und der muss natürlich so leicht sein, weil wenn man am Ende so ein langes Hals ist, wenn man da was schweres hat, das ist ja wie so ein Hebel und je leichter, desto besser lässt sich das hochheben und die hatten noch eine andere Möglichkeit, um das leicht zu machen und zwar waren die Knochen, die Halswirbelknochen, die waren genauso dünn und dazwischen waren so Luftsäcke und diese Luftsäcke, also Vögel haben das heute auch, die füllen sich halt beim Ein- und Ausatmen mit Luft und die konnten diese Wärme auch ganz effizient abgeben. Also wahrscheinlich hat dieser lange Hals auch dazu gedient, viel von der Wärme, die überschüssig war, rauszukriegen aus dem Körper. So, jetzt sind wir schon ziemlich über die Zeit, nein, ich müsste nur Schluss machen, aber ich höre da gerade gar nichts mehr. Moment, nee, liegt nicht an mir. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Wie hören Sie? Sie hören mich wahrscheinlich noch, aber ich höre nichts mehr. So, dann sage ich für alle noch mal ganz kurz, bevor Herr Wings wieder da ist, weil die Frage noch ein paar Mal kam, und das Symbol für heute ist der Dino. Wir sehen uns hoffentlich alle im Sommersemester wieder im Hörsaal. Jetzt wieder. Ja, gut, wir haben kurz überbrückt. Ja. Und wer es bis zum 14. schafft, Nee, ist wieder weg. Hä, was ist denn hier los? Bekommt sein Zertifikat auch dieses Jahr, alle anderen im neuen Jahr. Herr Wings, hören Sie mich wieder? Jetzt höre ich Sie wieder. Gut, dann machen wir noch ein paar ganz schnelle Fragen. Wo lebt denn der T-Rex? Wird gefragt von Tabea. In Nordamerika, in Montana zum Beispiel auch, mit dem Triceratops zusammen. Okay, dann können wir hier im Vorgarten nichts suchen. Jonas und Gregor fragen nämlich, woher weiß man, wo man suchen muss? Wo beginnt man einfach so zu graben? Ja, also das habe ich ja ganz erzählt. Diese Karten, die wir haben, die helfen uns natürlich sehr weiter, weil das waren die alten Generationen der Geologen, die haben im Gelände geguckt, wie alt sind die Gesteine, was sind das für Gesteine? Man muss halt Gesteine haben aus der Zeit und man muss Gesteine aus dem richtigen Ablagerungsbereich haben. Und theoretisch sind große Teile von Deutschland auch immer noch, also da kann man immer nach Dinos suchen. Also alles, was aus der Jura-Zeit, aus der Greide-Zeit und aus der oberen Trias-Zeit stammt, da kann man nach Dinos gucken. Und es müssen halt möglichst Landablagerungen sein. Es gibt auch Gefunde aus Meeresablagerungen, die sind aber sehr selten und die sind, also da muss man viel, viel Glück haben, weil dann ist einfach ein Tier vom Land ins Meer reingeschwemmt worden und dann irgendwo runtergesunken und dass man das findet, ist halt sehr unwahrscheinlich. Also am besten sind Fluss- oder Seeablagerungen aus der damaligen Zeit. Ja, mit geologischen Karten gucken. Es gibt auch Bücher, ich kann mal gucken, ob ich das hier irgendwo finde. Es gibt ein Buch, das heißt irgendwie Dinosaurier in Deutschland. Habe ich das mal hier? Finde ich das auf die Schnelle? Ich bin ja gerade immer noch am Einziehen, deshalb sehe ich das gerade gar nicht. Ich sage vielleicht schon mal für unsere vielen TeilnehmerInnen heute, dass wir nicht alle Fragen geschafft haben. Wir das waren einfach viel zu viele Fragen heute. Vielen Dank trotzdem, dass ihr so viele Fragen gestellt habt. Ja, also wen es interessiert, es gibt ganz viele tolle Bücher drüber. Dinosaurier in Deutschland ist so ein Überblick, was es aus Deutschland schon für Pfunde gibt. Und da kann man auch noch mal gucken, weil einige von diesen Pfundstellen, da kann man auch selber suchen. Man kann auch selber so einen U-Vogel suchen. Das geht auch. Da muss man einfach hier nach Bayern, nach Franken fahren, ins Altmühltal. Da gibt es verschiedene Steinbrüche, wo man auch am Wochenende mal mit so einem Hammer und Meißel pickern kann und selbst sein Glück versuchen kann. Das geht schon. Super. Sie haben gemerkt, unsere Kids hier sind sehr clever und stellen sehr clevere Fragen. Jetzt war mal eine gute letzte Frage. Wie klug waren Dinos? Wie klug die Dinos waren? Ja, also wenn man sich Vögel anschaut, ich glaube, so klug wie Vögel waren die schon. Also wenn man sich so Krähen anguckt, die können ja teilweise schon irgendwie Werkzeuge benutzen, also Stäbchen als Werkzeuge benutzen und so weiter. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Das hat funktioniert. Andere sind sicherlich nicht so klug gewesen. Also so ein großer Langhals-Dino, der musste nicht groß was machen. Der hatte keine natürlichen Feinde mehr. Der musste nur sein Fressen finden. Also die waren sicherlich nicht so, dass man die irgendwie hätte zähmen können oder sowas. Das wäre sicherlich nicht gegangen. Aber ganz dumm waren die nicht. Und wenn man sich überlegt, wie lange die Dinos überlebt haben, das sind 160 Millionen Jahre. Das ist also eine unglaublich lange Zeitspanne. Da müssen wir uns noch anstrengen, dass wir das schaffen als Menschen. Ja, und für uns vor allem ein bisschen benehmen. Ja, und wir müssen ein bisschen besser auf unserem Planeten hier aufpassen, weil das sieht gerade nicht so gut aus. Wenn man sieht, wie viele Tiere und Pflanzenarten da verschwinden, das ist halt schon eines dieser großen Massenaussterben. Und das Letzte war das, wo die Dinos verschwunden sind. Das wäre wirklich fatal, wenn das das jetzt ist, wo die Menschen verschwinden letztendlich. Also da müssen wir viel, viel mehr Anstrengung unternehmen, dass wir die heutigen Ökosysteme einfach schützen, die Tiere und Pflanzen. Das sind doch schöne, schöne letzte Worte. Sie versprechen uns, Herr Wings, Sie besuchen uns nochmal im Hörsaal und bringen Ihren Europasaurus mit. Ja, das wäre schon ganz schön. Ja, das kann ich machen, ja. Alle wieder da und hoffentlich im Sommersemester wieder in Präsenz. Bis dahin allen eine schöne Weihnachtszeit. Ihnen, Herr Dr. Wings, vielen, vielen Dank für diese schöne letzte Vorlesung im Wintersemester. Und jetzt wirklich allen eine schöne Weihnachtszeit. Sehr gerne, das wünsche ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020